Es gab eine Zeit, in der königlichen Hochzeiten eine rein private Angelegenheit waren. Ein höfliches Ritual, zu dem Fernsehkameras und Journalisten keinen Zutritt hatten. Aber die Geschichtsbücher erzählen viele interessante Anekdoten über diese Zeremonien, die in den meisten Fällen nichts mit Liebe zu tun hatten. Die meisten Königspaare lernten sich erst bei der Hochzeitzeremonie kennen. Danach zogen sie in ihrer Hochzeitsnacht. Aber, wie wir uns vorstellen können, endeten einige dieser Hochzeiten auf die schlimmste Weise. In diesem Sinne haben wir einige der schlimmsten königlichen Hochzeitsnächte der Geschichte aufgelistet. Wir beginnen das Video mit der Hochzeitsnacht von Katharina der Großen und Peter dem Dritten von Russland. Die Hochzeit von Katharina der Großen mit Peter dem Dritten von Russland war ein prächtiges Ereignis. Die Braut, die aus Deutschland kam, um den unangenehmen russischen Erben zu heiraten, bezauberte alle Anwesenden mit ihrer Schönheit, Eleganz und Anpassung an das russische Leben. Kaiserin Elisabeth von Russland setzte große Hoffnungen in sie, denn sie traute ihrem Neffen nicht, den sie für faul, trunksüchtig, schützenjägerisch und hirnlos hielt. Katharines Enttäuschung zeigte sich in ihrer Hochzeitsnacht, als sie stundenlang auf ihren neuen Mann wartete. Peter erschien schließlich betrunken, legte sich neben sie und schlief ein. Die folgenden Nächte waren schrecklich. Mit 18 Jahren war Peter für die Schönheit seiner Frau unempfänglich und vergnügte sich lieber mit kleinen Holzsoldaten, Miniaturkanonen und Festungsmodellen. Tagsüber wurden diese Spielzeuge unter dem Bett versteckt, aber nach dem Abendessen, wenn das Paar zu Bett ging, wurde die Schlafzimmel geschlossen und der Spaß begann. Wenn Peter neben Katharina lag, leuchteten seine Augen, wenn es Zeit zum Spielen war. Und manchmal dauerte das bis zwei Uhr morgens. Heinrich der Vierte war König von Kastilien und Bruder von Isabella von Kastilien, der Königin, die das Königreich Spanien mit Ferninnen von Argonien vereinigte. Der König war gütig und sanftmütig, aber er hatte ernsthafte körperliche Probleme. Heinrich litt an einer Form von Akromegalie, auch Gigantismus genannt. Seine Hände und Füße waren zu groß. Sein Kopf war abnormengroß mit groben Zügen und er war insgesamt riesig. Kurzum, er war ein liebenswerter und einschüchternder Riese, der von körperlichen Mengen geplagt wurde und nur dann glücklich war, wenn er nicht in der Öffentlichkeit stand. Zeit seines Lebens hatte er nur wenig Kontakt zu seinen Halbbrüdern. Heinrich wurde im Alter von 15 Jahren mit Blanca von Navarra verheiratet. Sie blieben 13 Jahre lang zusammen, ohne jedoch einen Erben zu zeugen. Die Ehe wurde annulliert. Kaum dass die erste Ehe beendet wurde, wurde für Heinrich eine zweite Ehe arrangiert. Seine neue Frau war eine andere iberische Prinzessin, Johanna von Portugal. Johanna war 16 Jahre alt und auffallend schön. Wie andere europäische Prinzessinnen war sie nur ein Druckmittel, um das Bündnis mit ihrem Bruder König Afonso V. zu besiegeln. Interessanterweise hob der König vor ihrer Hochzeit das Gesetz auf, das die Hochzeitsnacht zu einem öffentlichen Spaktakel machte. Vielleicht, weil er ahnte, was passieren würde. Berichten zufolge verlief die erste Nacht des Paares nicht gut. Der Samen des Königs saß fest. Die Ärzte mussten Heinrich IV. mit ihren bloßen Händen erleichtern. Das Ergebnis wurde trotz des Versuches einer künstlichen Befruchtung als wässrig und steril bezeichnet. In Johanna wurde ein dünnes Goldröhrchen mit den Spermien ihres Mannes eingeführt. Das Ziel war, dass sie die Spermien ihres Mannes empfängt. Aber Johanna hat es nicht geschafft, sagte der deutsche Arzt, der nach Kastilien gereist war, um den Eingriff fortzunehmen. Trotz des Misserfolgs war dies der erste aufgezeichnete Versuch einer künstlichen Befruchtung bei Menschen in der Geschichte. Die Probleme Heinrichs reichten aus, um ihm einen grausamen Spitznamen zu geben, der auch zu einer Metapher für sein Königreich wurde. Heinrich wurde als der Impotente bekannt. Und seine Hochzeitsnacht mit Johanna war der reinste Horror. Das britische Königshaus ist ein ideales Umfeld für unglückliche Ehen. Karl II. wird mit 56 Bastarden in Verbindung gebracht. Edward VII. war ein eifriger Bordellbesucher. Und jeder erinnert sich an die Hochzeit von Charles und Diana. Doch eine Verbindung scheiterte gleich in der Hochzeitsnacht. Die von Caroline von Braunschweig mit König George IV. Der damalige Prinz von Wales sträubte sich hartnäckig dagegen, eine Frau zu finden und willigte erst ein, als das Parlament zustimmte, seine Schulden zu begleichen, die aus einem von Laudanumabhängigkeit und Prostitution geprägten Leben herrührten. Die Höflinge rieten ihm, seine Cousine Caroline von Braunschweig zu heiraten. Sie lebte zu dieser Zeit im Fürstentum ihrer Eltern, in der Provinz. Er hatte ihr Gesicht nur auf Familienporträts gesehen. Das Paar traf sich drei Tage vor der Hochzeit und der erste Eindruck hätte nicht schlechter sein können. George ging ans andere Ende des Palastes und erholte sich bei einem Glas Cognac. Caroline sagte, ihr zukünftiger Ehemann sei dicker und nicht so hübsch, wie er gemalt wurde. Die Hochzeit fand am 8. April 1795 statt. George gestand seinen beiden Zeugen, dass er gegen seinen eigenen Willen heiratete. Chronisten berichteten, dass er während der Zeremonie zweimal in Ohnmacht fiel. Außerdem soll er während des Gelübdes eine seiner Mätressen angeschaut haben, die weinte, als der Erzbischof fragte, ob jemand Einwände gegen die Ehe habe. Sicher, die Ehe wurde vollzogen, aber sie hatten eine schreckliche Hochzeitsnacht. Der betronkene Bräutigam verbracht die Nacht damit, sich am Kamin zu wärmen, und die Braut wartete auf ihn im Bett. Und sonst nichts. In den Zeitungen der damaligen Zeit stand, dass es nur drei körperliche Begegnungen zwischen dem Brautpaar gab, von denen eine zur Geburt von Prinzessin Charlotte Augusta führte. Danach verkündete George, dass er nie wieder mit seiner Frau schlafen würde, Nicht einmal, um einen neuen Erben zu zeugen. Viele Jahre lang war Sex eines der größten Tabus in der westlichen Gesellschaft. Dies führte zu zahlreichen peinlichen und traumatischen Situationen, wie die von Maria Josefa Amalia von Sachsen in der Nacht ihrer Hochzeit mit dem spanischen König Ferdinand VII. erlebte. Ferdinand VII. heiratete in dritter Ehe Maria Josefa Amalia, ein junges Mädchen, das noch keine 16 Jahre alt war, als sie 1819 offiziell mit dem spanischen König verheiratet wurde. Nach dem Tod ihrer Mutter wurde das Mädchen in einem Kloster aufgezogen. Sie hatte keinerlei Kenntnisse über fleischliche Beziehungen. Andererseits war der Monarch für seine sexuellen Ausbrüche bekannt und außerdem davon besessen, ein männliches Kind zu zeugen, um den Fortbestand der Monarchie zu sichern. Damals pflegte die Blutprinzessin, die bereits verheiratet und dem König vertraut war, vor Beginn der Hochzeitsnacht eine Viertelstunde mit der Braut zu verbringen und ihr zu erklären, was als nächstes geschehen würde. Doch als die Zeit gekommen war, weigerte sich die Schwägerin des Königs, Maria Teresa de Braganza, diese Aufgabe zu übernehmen, da sie die Schwester von Isabella de Braganza, Ferdinands früherer Frau war. In Abwesenheit der Prinzessin sollte die älteste Brautjungfer die Aufgabe übernehmen. Doch auch sie weigerte sich mit der Begründung, sie habe nie bemerkt, was ihr Mann mit ihr im Bett machte. Es war der König, der erklärte, was in dieser Nacht in diesem Zimmer geschehen würde. Der König betrat die Gemüche eines verängstigten 16-jährigen Mädchens. Als sie ihn sah, fett, alt und wahrscheinlich ziemlich lüstern, versuchte sie wegzulaufen. Und eine Verständigung zwischen ihnen war unmöglich, da sie kein Spanisch und er kein Deutsch konnte. Ferdinand VII. war wütend und rief seine Schwägerin und die älteste Brautjungfer, um die Braut sofort zu belehren. Nach einem kurzen Gespräch der beiden Frauen mit dem jungen Mädchen, kehrte der König in sein Zimmer zurück und bereitete sich darauf vor, die Ehe zu vollziehen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die Angst von Maria Josefa Amalia war jedoch so groß, dass sie, während Ferdinand in sie eindrang, es nicht aushielt und schließlich Stuhlgang und Urin absetzte. Der wütende König säuberte sich so gut er konnte und berührte seine Frau acht Tage lang nicht mehr. Interessanterweise starb die Königin zehn Jahre später kinderlos, trotz mehrerer Versuche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017